Ich hoffe es funktioniert und gibt keine Legs, ansonsten ist der Chat daun. Komm, 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 er hat nicht unendlich Ausdauer, komm, 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 komm. Aber haben sie extra hier alles so gemacht, dass es kein Lüthier gibt? Gestern hatte ich kurz gespielt, 3 Stunden hatte ich voll ne Menge Spaß, aber irgendwie gerade ist es ein bisschen wild mit der Gesundheit. Ach so, je stärker Mutation, desto weniger halten sie aus vom Licht, wa? Natürlich bin ich Aiden. Wow! Okay, ich hoffe es funktioniert und gibt keine Legs, ansonsten ist der Chat daun, berichtet uns. So, dann extra ein bisschen hin und her, weil letztes Mal haben wir den Leg Test gemacht, in dem wir da links rechts gelaufen sind. So, let's go! Nimm da her! Können wir noch ein paar Sachen einsammeln hier, weil da irgendwas ist? Ach, Auto, da muss ich auch noch ein bisschen etwas drauf achten. Den Kofferraum aufzumachen und mit jedem neuen Level ab. Das habe ich gesehen im Video, soll ich zum Händler gehen, weil das ist dementsprechend vom Level des Gier. Und immer die ganzen Utensilien kaufen, das habe ich ja gemacht. Und was krass ist, dann gehst du schlafen und da sind wieder neue Sachen da. Du kannst ja quasi das so farmen. Schlafen, was kaufen, wieder schlafen, wieder kaufen. Und so kannst du halt quasi das ausnutzen, dass irgendwelche Waffen, die du brauchst und auch immer unendlich Mats hast du dann an der Stelle. Ich bin Level 3, er war Level 5 in dem Video. Genau, und von den Fertigkeiten her, hat er im Video auch 500 gehabt und hatte 120. Ich habe jetzt 180 und werde dann weiterhin auf Ausdauer gehen, weil Ausdauer ist wichtig. Haben wir oft im Kampf gemerkt, wir sind öfters ohne Ausdauer gewesen, sondern getroffen worden. Mit Ausdauer kannst du ausreichen, du kannst zurückschlagen oder generell schlagen. Und ja, mal gucken. Weiter Sprung würde ich skillen. Und also die Sachen hier skillen einfach gigantisch. Hab Bock, let's go. Mehr auf Parkouring. Und was ich krass fand, der hat so viele dieser komischen Dinge da gefunden. Wo ist eigentlich der Ton heute so laut, irgendwie? Der hat diese, diese, wie heißt diese Sensoren oder was auch immer das ist? Diese, wie nennt man das denn, was man hier findet? Diesen Scheiß da. Das, das Ding da, wo ist denn das? Hier, das da. Hemmstoffe. Hemmstoffe ist so. Aber sonst habe ich nicht viel falsch gemacht. Ich möchte jetzt auch nicht nachmachen. Das, was da gemacht wurde. Sonst, brauche ich es nicht spielen. Das kann ich auch wieder schauen. Aber so ein paar Tipps habe ich mir reingezogen. Und ich hab Bock drauf. Hat mir mehr Lust und mehr Laune gemacht noch. Ein bisschen Loten hier. Hier waren wir ja vorher, nachdem wir nieder, bevor wir niedergeschlagen wurden. Ich verstehe nicht, was heißt keine Kraft. Ich hab doch immer Kraft. Ist das? Aber der spiele schon lauter als sonst, gell? Ich hab das extra leise. Ich hab normalerweise immer eine volle Lautstärke anlegen. Jetzt ist es irgendwie lauter. So, mal gucken. Ich hab nur mal geschaut in die Lautstärke. Dietrich. Okay. Und weiter geht's. Ich war ja vorhin hier. Aber ich bin weggelaufen und konnte nicht viel looten. Aber es gibt glaube ich auch nicht viel hier. Zu loten. Abtrünniger. Okay. Ich hab ja auch geskillt, dass ich so lange schnell laufen kann. Solange ich Ausdauer hab. Also wird meine Ausdauer immer schwach bleiben, solange ich nicht aufhör zu laufen. So. Dann gucken wir mal. Ich hab noch mal versucht zu schlafen. Ging nicht. Aber es passt zum Zocken jetzt. Ist auch Sonntag ist es. Haben einige Leute am Start. Ich wollte am Tag ein bisschen wach sein. Wie lange ich durchhalte, weiß ich nicht. Ich schätze so grob. 13, 14 Uhr. 15 Uhr vielleicht mal gucken. Noch ein bisschen Koffein bin ich nebenbei am reinziehen. Mal schauen. Mal schauen. Wie lange das alles hält. Let's go. Ui. Ich hab das Video gesehen von einem anderen. Dass er da dann mit seinem. Kleider. Dass er mit seinem Kleider hin und her fliegt und springt. Ich hab das nicht. Will auch. Ist alles offen irgendwie. Yo. So. Mich hat man hier hingeschleppt. Oder? Oder wie ist das? Da bin ich einfach drauf. Da. Bin ich einfach da Dings hier. Auf dem Boden geschlagen worden. Dann einfach aufgewacht irgendwann. Oh. Oh. Endlich mal so eine Autobahn. Wie ich sie aus dem ersten Teil kenne. Da gab es öfter so, so, so Autobahnen hier. Autobahn Main. Dachte ich mir da. Yo. Aber haben sie. Aber haben sie extra hier alles so gemacht, dass es kein Loot hier gibt. Na 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 na. Wow 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 wow. Wäre fast verdeckt. Ich muss noch mal ein bisschen mehr mit der Map arbeiten. Und mir die Sachen anschauen. Es gibt da auch Militärloot. Und bei dem Militärloot gibt es die Upgrades. Später für die Haken und für die, für den Glider. Also für den, für die Airdrops oder wie die Dinger heißen da. Da haben wir schon einige. Achso wir sind jetzt in neuen Gebiet oder was auf einmal. Wie kann ich denn hier zoomen jetzt? Ich zoome mich wieder im Chat. Das Spiel ist so komisch, dass man manchmal außerhalb des Dings zoomt. Wow. Nein. Nein. Ich habe nicht gewusst, dass man so rutschig dachte, der kann sich da festhalten. Wow. Also nochmal. Ja, aber ich bin so komisch runtergerutscht da an der Stelle. Ja, kommt dann. Ich bin kein Fan von etwas zweimal machen. Da habe ich schon keine Lust mehr. Deswegen rennen wir schnell hin und machen, dass es nochmal nur gut ist. Ich habe es wirklich entspannt gelabert, gemacht, getan und dachte ich mache das Ding aber nochmal zu machen. Da habe ich schon keinen Bock mehr auf sowas. Aber das geht schon. Es ist nur nicht so schlimm. Aber ich merke schon, dass bei sowas mir schon die Lust vergeht. So, komm. Muss ich denn alles nochmal looten oder was? Ne, die Sachen habe ich oder? Weil es gab ja eh nicht viel Loot. Dann springe ich so einfach. Du kannst ja auf diesen Schrägen kannst du ja nicht... Komm, 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 komm. Du kannst auf den Schrägen nicht stehen. Das ist das Problem. Bis gleich. Alter. Okay, 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 okay. Warum wird da nicht die Quest nicht mehr angezeigt? Komm, 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 komm. Er hat nicht unendlich Ausdauer. Komm, 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 komm. Er hat keine Ausdauer mehr. Komm, 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 komm. Alter, kannst du nicht vorstellen. Das war knapp. Und warum? Weil ich vorher Schiff gedrückt hatte. Ich drücke ein automatisches Schiff zum Laufen, aber sollte ich nur machen, wenn ich wirklich Power brauche. Sonst hänge ich irgendwann da und das war es dann. War schon, war schon ein Bild mit der Rutsche. Krassische Scheiße. Ja gut, ist jetzt auch nicht mehr so tief. Ja gut, ist jetzt auch nicht mehr so tief. Ja gut. Eigentlich egal. Ich komme nicht mehr hin, oder? Na gut, egal. Komme ich ja überhaupt eigentlich hier durch, weil ich sterbe hier. Es ist ja das Dinggebiet, ne? Ne, geht hier auf der Seite geht's. Wo bin ich aber hier? Mal ohne Scheiß. Ist das ein neues, ist das ein neues Gebiet? Neue Karte. Bis jetzt überhaupt noch keine einzigen Zombies. Gar nichts. Vielleicht, vielleicht bin ich in einem Gebiet, wo keine Zombies mehr sind. Voll egal. Das ist ja doch Ultra. Einfach, einfach das Spiel durchgeschafft und ein Zombies jetzt hier. Okay, jetzt läuft hier... Ach hier ist das Licht. Ich habe gesehen, es gibt doch so als Utensilien so eine Taschenlampe. Mit UV-Licht, wenn man das abgegradet hat. Kann man da den Zombies einfach ins Gesicht strahlen? Oh. Juhu. Ja, nice. Bis jetzt schon toll. Was haben wir eigentlich hier für Sachen? Einen Pilz? Ja, ist eh komisch. Das ist einige aushalten, einige nicht, gell? Das ist sehr seltsam, finde ich. Ein bisschen Zombies. Ich wollte eigentlich die Waffe mal kurz hier... Die da... Mal schauen, was man da so machen kann. Gängernführer. Wo tut man das Ding hin, dass das Ding länger hält? Ich wollte auch mal testen hier. Funke... Ich habe hier genug von allem. Aber ist noch... Ach so, das geht dann hoch auf 119 Haltbarkeit. Ich hatte irgend so eine Mod gekauft, dass das Ding länger hält. Irgendwie... Hackmesser. Kann ich halt dann später nochmal machen. Aber ich habe keine... Ich kann nicht zerstören, mich zu heilen. Irgendwie. Ne. Da fehlen mir Kamille. Halt um 50. Moment, ich bin wieder hergestellt. 50 vielleicht. Da muss ich auch noch ein bisschen upgraden hier. Ach so, je stärker Mutation, desto weniger halten sie aus vom Licht, wa? Kann ich keinen von hinten ausschalten? Egal drauf los, oder? Der Macher. Ich trau mein Gott. Ich trau mein Gott. Ich trau mein Gott. Ah. Ich hab nicht mal richtig angefangen. Oh, scheiße. Ach so? Wie kann ich nochmal dodge mit Leertaste, hast du gesagt, das ist doch krass. Alter, komm mal auf! Aber ich habe keine Ausdauer mehr, deswegen. Alter, was? Stopp, 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 stopp! Das ist wieder ein Schlammchen gewöhnen hier. Der hat sich versucht zu dodgen, aber irgendwie, keine Ausdauer. Hilfe! Yo! Hier geht nochmal dodgen, Leertaste. Hä? Soll ich denn bitte schon leertaste? Wow, 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 wow. Ich bin noch grad dodgen, aber ich... Dodgen! Alter! Bereit für die nächste Runde? Habt dich, Evan! Die gefallen ich dir jetzt! Ich hab keine Ahnung, wie man dort steuert. Das ist sowas so schlecht gemacht, finde ich. Mit... Mit... Ich kann doch nicht... A und... Hä? D und Shift? Ich kann doch nicht... Hä? Ich muss zuerst drücken und dann Shift. Oder soll ich nicht zu einmal drücken und springen da? Ja, aber das ist doch total kacke, die Tasten gleichzeitig zu drücken. Ich wollte mir eigentlich auch so einen Speer schnappen, aber ich hab... Am Anfang habe ich die Steuern vergessen. Ich komm wieder rein. Ich hätte auch das Ding hier kaputt machen können. Ich hab... Kann mich aber nicht heilen. Wie soll ich jetzt gegen einen Boss gleich ankämpfen, äh... Kämpfen, wenn ich mich nicht heilen kann? Nicht zum heilen. Das ist so ein Riesenproblem in dem Spiel, finde ich. Ist für mich zumindest. Ich hatte einmal eine Luxus, dass ich sieben Sachen zum heilen hatte, aber dann musste ich sie auch nutzen. Dann ist es vorbei. Ja, ja, klar, sicher, aber finde ich nicht so viel. Ich hab gesucht, der Honig, aber das ist sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig ist das. Aber anscheinend spawnen die Sachen alle halbe Stunde. Können sie mal gucken. Ich hab doch das nicht geachtet. Muss man da mal Time setzen oder so. Du lebst nicht mehr lange. Du lebst nicht mit einem Dropkick nicht, verstehe ich nicht. Jetzt hat... Mit einem Dropkick wirkt immer so krass, aber irgendwie... Das sind Flaschen alle, okay. Was ist das spät? Was ist das spät? Oh, mein Ohr. Muss ich was jucken hier? Ja, ich hab keine Gesundheit. Das ist, das ist auch... Ich kann grad nicht so entspannt spielen bei so immer 20% Gesundheit. Ich bin grad ein bisschen angespannt. Ich hatte... Gestern als ich kurz gespielt hatte, ich hatte voll eine Menge Spaß. Aber irgendwie grad ist es ein bisschen wild mit der Gesundheit. Ist nicht geil. Warum kann ich eigentlich nicht da reingehen, wo die herkommen? Achso, da geht's gar nicht lang, oder? Okay, die sind von da raus. Von da gekommen. Jetzt hoch gehen oder was? Ich dachte, ich könnte den Speer behalten hier. Okay. Dann darf ich da nicht hin? Darf ich vielleicht da hin? Das ist so komisch mit dem Speer hier, sag's euch. Ey! Spring doch! Komm, ich tu den weg. Das stört mich einfach nur. Das gleiche kann man nicht wegschaffen, gell? Wie beim Fischer, beim Sam. Da schmeißt du ja ganz weg die Flasche, lol. Ich nehm neu. Okay, hier ist nicht... Oh. Mal runter gehen? Sind die... Kommen die nochmal, oder? Sind die RIP? Glaubt nichts hier, oder? Nee. Okay. Cool. Alles Roger. Nur... Gesundheit. Unangenehm. Würgen. Würgen. Du, dich hab ich doch schon mal getötet. Diesmal geht das nicht daneben. Du warst. Du warst also mal mein seltsam. Mhm. Du warst also mein seltsam. Ich fühle das. Na gut, bevor ich dich töte, darfst du ein echte Spektakel erleben. So wie bei Bond hier. So wie bei Bond hier. Man kann zuschauen, wenn die Atombomter gestartet sind. So schließt sich der Kreis. Wir kehren an den Anfang zurück. Und nun, erlebe wie Geschichte geschrieben wird. Geschichte? Wir waren fünf Jahre alt. Du hast Kinder gefoltert. Wir waren Kinder. Wie stark ist denn der, Mann? Aber doch für einen guten Zweck. Du kannst mir danken, dass du noch lebst. Stärker bist als anderer. Ein Erwählter. Stärker als ich jemals dachte. Und auch schwächer als ich. Willst du noch was sagen? Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Schwester? Was hast du mit Mia gemacht? Mia? Seine, zu seiner... Aiden, du lebst. Natürlich bin ich Aiden. Wow! Ach, der wusste nicht, dass ich Aiden bin, oder was? Yo! Das ist die andere, oder? Ich muss jetzt parkourigen, oder? Lauf! Lass uns parkourigen machen. Scheiße, muss ich wieder steuern. Scheiße, muss ich wieder steuern. homespeater hoch palette. Though fliefe. Tschüss. 色ake. 助geang. 스�$ geräte.